Ah, verdammte... Oha, hat's uns da weit geworfen. Ich probiere das nochmal. Ah, verdammt. Ich muss überlegen, wie ich das am besten mache, dass ich die auch alle erwische. Da haben wir schon wieder Zeit. Ich muss das irgendwie anders machen. Mal überlegen, wie wir das... Oha. So. Ah, nein. Hat wieder nicht funktioniert. Okay, Moment. So funktioniert es auch nicht. Auf keinen Fall. Nein. Und so auch nicht. Das heißt, wir gehen ganz kurz nochmal hier drauf. Das geht wieder nach unten. So auch nicht. Ah, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Da muss ich erstmal den Trick raus. Genau. Das Problem ist... Ah, verdammt, da bin ich einmal ein bisschen zu schräg. Ich weiß, vielleicht ist es jetzt gerade ein bisschen langweilig, aber gehört auch mal dazu, dass man hier ein bisschen an einem Rätsel steht und es versucht zu lösen. Und da sind wir wieder bis in den Himmel geflogen. Verdammt, ich bin einfach zu langsam. Kann man das nicht? Kann ich nicht die Kugel ein bisschen benutzen? Bis sie wenigstens eins hochdrückt. Ah, da war ich wieder zu langsam. Und er schleudert uns jedes Mal durch die Gegend. Das muss doch funktionieren, Leute. Das muss... Da war ich wieder zu langsam. Das muss funktionieren. Ich weiß das, dass das funktioniert so. Es hat auch noch die Frage, in welche Richtung... Also wie laufe ich am besten, dass ich das auch alles erwische? Ich habe jetzt mal schon wieder falsch gelaufen. Oh, was ich da? Ich kann erstmal, keine Ahnung wie lange ich das jetzt machen muss, bis es funktioniert hat. Ähm, ja, weitermachen, weitermachen. Ah, verdammt, guck mal, da haben wir es fast geschafft. Okay. Da war ich ein bisschen zu langsam. Ah, verdammt, ich darf, bei dem einen darf ich nicht rüber gehen. Bei dem einen dürfen wir auf keinen Fall rüber gehen. Ich bin wieder falsch gelaufen. Da hat gleich meine Story gelaufen. Ich krieg das hin. Das ist alles ungeschnitten, Leute. Ungeschnittenes Fail der Elfridia. Bing, 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 bing. Okay, das war auch falsch, nochmal. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu enge Kurven mache. Okay, dann lasse ich das mal auf. Wenn ich zu enge Kurven mache, dann gehe ich zu schnell und dann schießen die Dinger hoch. Und ich vergesse die ganze Zeit, wie ich eigentlich laufen will. Marschen wieder falsch. Es ist bestimmt ein Lauftrick dabei, aber ich habe ihn noch nicht genau herausgefunden. Ich habe noch nicht genau herausgefunden, wie wir laufen müssen, damit wir alle Dinger bekommen. Das gibt es doch nicht. Nein, 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 nein. Vorher hatte ich es mal, dass ich diese Dinger hier schon alle durch hatte. Wie ist denn da gelaufen? Wie ist denn da? Nein, 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 nein. Also ich probiere es jetzt noch fünfmal und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann lassen wir das Ganze. Wartet mal. So, 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 so. Tata, voilà! Da haben wir es geschafft, Leute! Nach 10, 20 Mal hat es es geschafft. Okay, Sekunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Puh Okay Hat sich auf alle Fälle gelohnt Ein Artefakt gefunden Yeah Aber wir haben nur noch 1200 Punkte Das heißt, wir haben ganz schön viele Punkte verloren Wahrscheinlich, dass wir da halt Mehrmals gestorben sind Hat man jedes Mal Punkte verloren Gut Kommt vor, passiert Das Risiko Bin ich jetzt einfach einmal eingegangen Komm rüber, komm Jetzt bin ich in Korn Na komm So, da bin ich auch drauf Ist zwar ein bisschen schade mit den Punkten Aber Shit happens Wir haben ein Artefakt Komm, geh schon drauf Und ich denke, das ist manchmal mehr wert Irgendwelche Punkte Sekunde mal Ich schau mal ganz kurz Ah, okay Aber das geht wieder hoch Das heißt Gucken wir mal hier unten Aber hier irgendwo eine Kugel Nein, natürlich nicht Aber da war nämlich ein Schädel auf dem Ding hier drauf, glaube ich Sekunde So, den Schädel hab ich Oh was, wir haben schon zehn rote Schädel gesammelt What? Okay Nicht schlecht Upsa Upsa Oh, 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 oh Ich bin jetzt vorhin fast daneben gesprungen auch noch Okay So, das Gegengewicht und die Brücke Müsst sich jetzt eigentlich Wunderbar Okay Okay, wir haben es geschafft So Die Brücke hat sich bewegt So Zurück Oh, oh, Megaspinne Hat sie die gesehen? Come here Yeah, wir haben noch die Königin getroffen Äh Ach ne, okay, okay Ich hab's gesehen Erstmal Königin getöten Königin getöten Stieh ab Königin Stieh ab schon So, sie ist tot Sagen wir das mal hier ein Dann hab ich gesehen, was ich machen muss Das ist einfach nicht viel Geschafft Uh, yeah Ja Wir haben leider nicht 200.000 oder 250.000 oder 290.000 Punkte geholt Da wir leider öfter gestorben sind Durch diesen Versuch Da dieses Artefakt zu holen Ähm Schlagen sie ein Ass Was? Haben wir geschafft? Okay Besiegen sie Legion Die Königin Aller Spinnen Tonfelder Sammeln sie 10 rote Schädel Haben wir auch geschafft Dadurch Nicht schlecht, nicht schlecht Ja War eine kürzere Folge Wir haben nicht so viele Level geschafft Aber Shit happens 37 Minuten Und 39 Sekunden Haben wir gebraucht Und Was uns im nächsten Level erwartet Das seht ihr dann In der nächsten Folge Bis dahin Haut's rein Tschaui Ich bin Tschaui Ich bin Wie Vielen Dank.